Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schloss mit Lustig, dem Podcast, mit dem wir dir das WDL-Feeling näher bringen wollen, nach Hause bringen wollen, aber mit dem wir dich auch da, wo du bist, inspirieren und ermutigen wollen. Und es ist so schön, dass du wieder am Start bist mit einer neuen Folge SML-Stories, da wo wir dir ganz verschiedene Leute hier aus dem WDL-Kontext vorstellen wollen und du einfach durch das, was sie erlebt haben, wie sie Jesus erlebt haben, das einfach als Reflexionsfläche nutzen darfst für dein Leben und dadurch inspiriert wirst. Das war jetzt ein ganz schön langer Satz, das war ein langer Satz, viele Kommas, aber ihr habt ihn schon gehört, das ist mein heutiger Podcast-Gast, nämlich der einzig wahre Philipp Bauer. Das bin ich, hi. Hallo Philipp, so cool, dass du mit dabei bist. Philipp, es ist so, ich habe mich so gefreut auf diesem Podcast, gemeinsam mit dir zu quatschen. Du bist jemanden, du bist jemanden, du bist jemanden, einer von den Legenden, mit dem ich schon Freizeiten zusammen gemacht habe. Schon lang, also Freizeiten, bevor wir beide hier gearbeitet haben. Bevor wir beide hier gearbeitet haben, dann waren wir beide noch, du warst sogar Teilnehmer mal, richtig? Ich war Teilnehmer, ja. Und dann, ich war ja immer zu alt, um Teilnehmer zu sein. Also ich kenne WDR noch nicht lang genug, dass ich mal hätte Teilnehmerin sein können, auf einer Jugendfreizeit, jetzt mal ganz spezifisch. Aber wir haben uns kennengelernt, ich war Teilnehmer, du warst im Freizeitteam und irgendwann haben wir dann zusammen Freizeiten gemacht. So cool, dann erstmal als Sporti und dann irgendwann als, glaube ich, dann hast du hier dein Praktikum gemacht. Im Freizeitteam, genau. Genau, dann hast du hier dein Praktikum bei WDR gemacht und jetzt sind wir beide Kollegen und das ist ganz besonders. Das ist mega, eine lange Geschichte und jetzt sitzen wir hier zu zweit und machen Podcasts. Und man muss sagen, wir sitzen hier gerade bei uns im Programmteam Büro, das ist so die Zentrale, der Ort des Geschehens, wo alle Freizeiten geplant werden und es ist außergewöhnlich leise momentan. Ja, es sind einige ausgeflogen und der Rest hat die Flucht ergriffen. Aber wir haben sie auch vorgewarnt. Sie lieben das schon auch, dann ein bisschen damit zu spielen, hier das ein oder andere Mal durchzurennen und ein bisschen schabernackt zu machen. Ja, das heißt, wir könnten vielleicht ein paar von denen hören. Wir könnten manchmal zwischendurch jemanden hören. Vielleicht aber auch nicht. Man weiß nie so ganz, was hier passiert. Aber Philipp, ich will dich mal unseren Hörerinnen und Hörern mal noch vorstellen. Du bist sage und schreibe 27 Jahre alt. Ganz frisch, ja. Ganz frisch. Du arbeitest seit fast viereinhalb Jahren bei WDR im Bereich Jugend und leitest den ganzen Bereich Konfi, Freizeiten und Klassenfahrten. Das will nämlich an dieser Stelle auch mal gesagt sein. Wir haben einen Riesenbereich von Konfi-Freizeiten. Wie läuft denn das ab, Philipp? Also da kommen ja verschiedene Pfarrer mit ihren Gruppen. Ja, genau. Also es kommen manchmal mehrere Gruppen ganz gemischt aus, meistens Süddeutschland. Und manchmal sind es einzelne große Gruppen. Und die kommen hier an mit Konfis, die teilweise schon fast ein ganzes Jahr lang Konfi-Unterricht hatten, teilweise aber auch ein einziges Mal Konfi-Unterricht davor hatten. Also ganz wild, ganz bunt, was da an Leuten kommt. Und die kommen dann an, haben hier ein verlängertes Wochenende, meistens von Donnerstag bis Sonntag eine Freizeit. Und es ist immer spannend, weil man nie genau weiß, auf was man sich einlassen kann. Das ist schon krass. Ich liebe Konfi-Freizeiten. Das ist so cool. Und du hast einen spannenden Trend beobachtet, den finde ich eigentlich auch cool, ähm, nicht cool, also den finde ich traurig, aber das hat mich irgendwie bewegt, als du das letzte Mal erzählt hast, dass die Leute, die da kommen, also die Konfis, voll wenig eigentlich nur noch über die Bibel wissen, ne? Ja, das stimmt. Also dass so Sachen, die wir vielleicht in der Schule noch gelernt haben, so ein paar Standard-Stories, so Eiche Noah, Mose und so Sachen, dass die denen gar nicht mehr so ein richtiger Begriff sind, ne? Ja, ist nicht mehr da. Und das Spannende ist dann irgendwie mit den Pfarrern da zu sitzen, im Gespräch zu sein und dann Feedback zu bekommen, dass die sagen, boah, du bist für die gerade viel zu schnell. Und für mich ist die Herausforderung, als jemand, der irgendwie mit biblischen Geschichten aufgewachsen ist als Kind, das nachvollziehen zu können, dass jemand wirklich gar keine Ahnung hat. Also ich war ja auch in der Grundschule im Rallye-Unterricht und wir hatten dann so Geschichten und ja, klar, viele aus meiner Klasse hatten irgendwie nichts mit Gott am Hut, aber die kannten dann trotzdem die Geschichten. Ja, so David Goliath und so Sachen wird man schon denken, dass man so ein paar Standard-Stories irgendwie kennt, gell? Ja, und dann halt mitzubekommen, es ist gar nichts da, ist herausfordernd, ist spannend, ist aber auch irgendwie eine krasse Arbeit, dann zu sagen, cool, okay, ich bin vielleicht die erste Person, die den Teens hier gerade was über Gott erzählt. Und das ist voll spannend, das ist irgendwie voll das Privileg auch. Ja, voll geil. So ein unbeschriebenes. Das war die Mischung aus cool und geil, voll geil. Voll geil. Ja, es ist so wie ein unbeschriebenes Blatt teilweise. Du darfst halt völlig neu prägen und du bringst es dann so. Also das finde ich schon sehr special, was du da machst. Und Klassenfahrten, da haben wir auch verschiedene Gruppen, die kommen und dann kannst du, dann können die Programme bei uns buchen, die du dann mit anbietest oder hier im Team guckst, wer das machen kann. Also gar nicht alleine, ich habe ja ein Riesenteam, aber es macht Spaß. Das ist echt cool. Ich würde am liebsten gerne alles machen, aber dafür habe ich nicht die Zeit. Ja, es ist auch mittlerweile echt krass, wie riesig das geworden ist. Aber davor, Philipp, hast du am Bibelseminar Bonn die Ausbildung zum Kinder- und Jugendreferent gemacht. Das heißt, du bist ein Theologe. Ja, ich habe mich immer dagegen gewehrt, ein Theologe zu sein. Du bist ein Theologe. Den Anspruch habe ich auch gar nicht an. Ich habe so, es war ein Mix aus Theologie und sozialer Arbeit. Ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt beiden Berufsgruppen irgendwie voll ins Gesicht trete, wenn ich sage, ich bin beides ein bisschen, so beides sagen wahrscheinlich, nee, bist du nicht. Aber ja, doch, irgendwie ist das so ein Mix und mich hat das damals angesprochen. Und deswegen, du hast vorhin gesagt, ich bin viereinhalb Jahre schon bei WDL. Das erste Jahr, davon war ich tatsächlich ja noch gar nicht so fest, fest angestellt, sondern ich habe mein Praxisjahr hier bei WDL gemacht. Das war richtig cool. Ja, genau. Das war, wir haben eigentlich gleichzeitig angefangen, so ziemlich dumm, ein paar Monate vor mir mit deinem Praxissemester. Ich glaube, das hat im Mai oder so angefangen. Ich habe im Juli angefangen. Ja, dann haben wir exakt gleich angefangen. Ja, damals mit dem Jahresteam. Da habe ich eine Woche nach dir angefangen. An dem gleichen Tag. Ja, genau. Krass. Und weißt du, dass unsere Küchenchefin Judith auch da angefangen hat? Wir haben dann quasi alles gemeinsame, die gemeinsame Startzeit. Das wusste ich gerne. Wir haben alle nächstes Jahr fünfjähriges Jubiläum. Da freuen wir mich drauf. Können wir gemeinsam feiern. Da feiern wir gemeinsam. Richtig cool. Und was ich auch noch krass finde bei dir, ist, dass du neben deiner Arbeit bei WDL skatest und mega gerne surfst auch. Und da sogar bei den Christian Surfers in Germany mit am Start bist. Und das ist so cool, weil du da ja auch voll prägst. Und ich finde das beeindruckend. Und was ich noch beeindruckender finde, ist, dass du in München mit dieser Eisbachwelle, da warst du schon mal drauf, oder? Da war ich schon mal drauf. Ich bin nicht so regelmäßig, wie ich gerne dort surfen würde, surfen. Aber hin und wieder bin ich da mal spannenderweise tatsächlich eher im Winter, weil da weniger los ist. Aber ich finde ja schon im Sommer ist der Eisbach krass, weil der Arsch kalt ist. Das ist da das Name-Programm. Und im Winter hast du dann trotzdem so einen Wetsuit-Neopren an? Oder hast du dann so einen, wo man nicht nass wird an? Nee, also man wird nass, aber es ist nicht so kalt. Also ich habe Neopren-Schuhe, Neopren-Handschuhe, Neopren-Haube. Das Einzige, was rausschaut, sind Augen und Mund. Und das kann man sich so vorstellen, wie man halt, wenn man im Winter einen Schneespaziergang macht und das Gesicht kalt wird. Alter. Ist aushaltbar und natürlich ist man dann nicht stundenlang dort. Krass. Und wie ist, also wie, das ist schon anders als eine normale Welle beim, also nicht, dass ich eine Ahnung hätte. Ich surfe generell nicht. Es ist komplett anders. Ja, also natürlich, Brettsport ist Brettsport und Surfen ist Surfen. Aber ich habe davor schon öfter am Ozean gesurft und als ich dann dort angefangen habe, habe ich gedacht, ich hätte alles verlernt. Und habe dann einfach gemerkt, es ist einfach was anderes und man muss ganz neu reinkommen. Krass. Und sind die Leute da, ist das so eine sich gönnende Community? Also ist man so cool miteinander oder sind alle so ein bisschen Ego unterwegs oder wie ist das? Ist unterschiedlich. Also es gibt auch unterschiedliche Wellen in München. Es gibt entspanntere Wellen. Es gibt eben die Eisbachwelle, die bekannteste Welle, der nachgesagt wird, dass es da gar nicht so einfach ist und viele trauen sich da irgendwie gar nicht so hin. Ich habe bis jetzt noch nie irgendwas krass Doofes erlebt, aber es ist nicht so, dass alle immer richtig freundlich miteinander sind oder so. Viele sagen, sie haben das Gefühl irgendwie, dass hinter ihrem Rücken dann über die geredet wird oder so. Aber ja, sowas richtig Blödes habe ich tatsächlich noch nie erlebt. Ja, du bist aber auch voll umgänglich. Ich finde, du begegnest Menschen, was ich von dir schätze, eigentlich immer voll positiv und ich glaube, das kann man auch gut vorstellen, dass das einfach so zurückkommt. Ja, ich rede einfach nicht mit denen und lächle die anderen. Mit deinen eingefrorenen Lippen und deinem, da denkst du, ich kann dir irgendwann wahrscheinlich gar nicht mehr anders als lächeln, weil es dann im Winter so eingefroren ist. Ein eingefrorenes Lächeln, ja. Ach krass. Hey Philipp, so cool. Jetzt haben wir ein bisschen was über dich erfahren. Fehlt da noch irgendwas, würdest du sagen, in der Auflistung? Boah, weiß ich nicht. Vielleicht kommt ja noch was raus im Gespräch. Wenn irgendwas wichtig wird, sage ich es. Aber ja, das beschreibt mich ganz gut. Ich glaube, es ist so ein ganz kleiner Einblick in mich, in mein Leben. Ich bin, vielleicht kann man das noch dazu sagen, ich bin generell super gerne draußen, an der Natur, in der Natur, egal ob Berge, Wasser. Ich liebe Wasser. Genau. Aber das ist, glaube ich, so grundsätzlich. Ich mache das Bild noch ein bisschen kompletter. Ich skate nicht nur, ich surfe nicht nur. Das ist ja nur ein winziger Teil. Und natürlich würde ich das gerne die ganze Zeit machen. Aber es gibt noch so viele andere Dinge, die ich gerne draußen mache. So cool. Hammer. Hey, und ich finde es so cool bei SML Stories. Da wollen wir so ein bisschen schauen. Wer ist auch Jesus für dich? Wie hast du Jesus kennengelernt? Und ja, lieber Hörer, ich habe es am Anfang schon mal gesagt, aber unser Wunsch ist wirklich, dass das, was Philipp erzählt, das ist Philipps Story, in die wir eintauchen wollen. Aber du darfst einfach gucken, wo sind da Parallelen oder was nimmst du dir mit? Was inspiriert dich? Und das darfst du dir einfach als Nugget mitnehmen in dein Herz schreiben. Und Philipp, da will ich direkt einsteigen in die Frage. Du hast vorhin gerade schon gesagt, dass du aufgewachsen bist mit Bibelgeschichten. Das heißt, das ist für dich geläufig. Das heißt, du bist so, wie man es nennt, ein Froki, ein frommes Kind. Richtig? Das heißt, du bist in einer christlichen Familie. Das habe ich noch nie so gehört. Hast du noch nie gehört? Ich habe das jetzt neu gelernt vor ein paar Monaten. Ich kannte das auch noch nicht so richtig. Habe ich auch im Studium nicht gelernt. Ja, siehst du mal, heute hast auch du was Neues gelernt. Ein Froki. Und das stimmt, du bist in einer christlichen Familie aufgewachsen. Nimm uns doch voll gerne mal mit rein. Wie hast du dann Jesus kennengelernt? Hattest du das dann schon so immer und es gab keinen richtigen Punkt? Oder wie war das für dich? Ja, also ich habe die Bibel quasi als kleines Kind schon mitbekommen. Biblische Geschichten, biblische Werte. Wir haben als Familie gemeinsam gebetet. Wir haben gemeinsam irgendwie auch Geschichten von Leuten gelesen, die mit Jesus unterwegs waren, die als Missionare unterwegs waren. Immer wenn wir in den Urlaub gefahren sind, sind irgendeine Urlaubslektüre von Missionaren oder so. Also einfach ganz, ganz viel mitbekommen. Und was ich aber noch viel prägender fand oder immer noch finde, als einfach nur diese Geschichten und nur Bibel zu lesen und zu hören ist, einfach mitbekommen zu haben, wie meine Eltern glauben leben. Und das war für mich so prägend, einfach mitzubekommen, okay, die machen das nicht einfach, die lesen nicht einfach nur Bibel für sich selber oder mit uns, sondern das ist für die essentiell. Das macht einen Unterschied in deren Leben. Gebet macht einen Unterschied in deren Leben. Und das einfach so mitzubekommen und nicht einfach nur Bibelgeschichten zu hören und gesagt bekommen, macht das, das ist gut, sondern wirklich das zu erleben, hautnah mitzubekommen. Und dann auch Sachen, wo wir als Familie gemeinsam gebetet haben und Gott erlebt haben, auch als kleines Kind. Ich finde es cool, dass meine Eltern uns oder meine Geschwister und mich in ihren Glauben mit einbezogen haben. Also nicht einfach, sie haben ihren Glauben gelebt und wir haben das so von außen mitbekommen, sondern wir waren aktiv Teil davon, wurden dazu ermutigt. Und natürlich haben wir dann auch genauso, wenn die gesagt haben, wir haben Gott erlebt in irgendwas, dann konnten wir das mitfeiern und sagen, wir haben das miterlebt. Und ich glaube, so ist auch unser Glauben als Kinder gewachsen, weil wir irgendwie Gott mitbekommen haben. Und meine beiden Geschwister sind auch immer noch mit Gott unterwegs, wo ich denke so, ja, okay, das war nicht einfach nur so eine Phase als Kind und man macht halt, was die Eltern machen und labert denen nach, sondern man erlebt Dinge mit. Und das fand ich so wertvoll, finde es immer noch wertvoll, weil ich oft noch auf diese Zeit zurückschaue und denke, wow, da habe ich echt was mitgenommen. Also das heißt, du hast erlebt, wie sie nicht nur sagen, hey, das ist Jesus und so ist Jesus, sondern wie sie es wirklich gelebt haben, euch vorgelebt haben. Aber nicht nur das, sondern euch ja auch irgendwie mit einbezogen haben und mit reingenommen haben in ihre Beziehung mit Jesus. Und wie war das dann für dich? Das hattest du so vorgelebt bekommen. Ist es dir dann deshalb auch so leicht gefallen, das für dich zu implementieren und in deinem Leben so zu leben? Oder bist du da durch eine härtere Schule gegangen, weil du gedacht hast, es reicht ja, wenn meine Eltern das so machen? Nee, ich habe das selber für mich tatsächlich auch so angenommen, mitgenommen und natürlich war nicht immer alles so easy und ich bin voll dabei und alles gut und alles einfach, sondern es gab auch so Zeiten, wo meine Eltern gesagt haben, boah, Philipp, irgendwie schau doch in die Bibel rein, ist wichtig. Und ich mir dachte so, warum soll ich das machen? Und dann gab es wieder Zeiten, wo es mir selber so wichtig war und man muss vielleicht dazu sagen, meine Eltern waren nicht die einzigen, die mich geprägt haben in meinem Glauben. Aber es gab dann auch Zeiten, Freizeiten, ich kam als Teenie irgendwann hier auf die WDL-Freizeiten und so unterschiedliche Dinge in meinem Leben, die mich immer wieder ermutigt haben, auch in meiner Schulzeit, wo ich dann irgendwann gesagt habe, freiwillig selber gesagt habe, ich will, ich habe irgendwie morgens nur so fünf Minuten Zeit zum Bibellesen vor der Schule und mir ist es wichtig, ich will mir Zeit nehmen und dann gesagt habe, okay, ich stehe dann halt einfach eine Viertelstunde früher auf. Wo ich schon merke, das waren immer wieder auch meine eigenen Entscheidungen und mir hat es aber geholfen, unglaublich geholfen, in einer Familie zu leben, die das mitpusht, die mitprägt, die, ja, wo man sich auch so ein bisschen getragen fühlt, wenn es gerade selber, wenn die eigene Motivation, der eigene Antrieb fehlt. Genau. Und dann auch in Gemeinde eingebunden zu sein, da einen Job zu haben. Ich war so dieser klassische Techniktyp, der dann irgendwie mit 14, 13, 14, 15 anfängt, mal an der Technik mitzustehen. Und das war voll cool, weil es mir einfach geholfen hat, in einer Zeit, in der ich viele Fragen hatte und viele Zweifel und auch nicht immer Bock auf Gemeinde, eine Aufgabe zu haben und zu sagen, okay, auch wenn ich jetzt gerade nicht Bock auf den Gottesdienst habe, komme ich trotzdem, weil ich habe eine Aufgabe dort und ich bin eingebunden und ich bin Teil davon und dann auch Teil eines Teams zu sein, in dem nicht meine Eltern die Leitung sind, in dem nicht nur meine Eltern prägen, sondern wo ich andere Leute mitbekomme, wo ich Input von anderen Leuten bekomme. Und das war für mich voll cool, vor allem, weil meine Eltern sehr, sehr viel gemacht haben und die mir dann in sämtlichen Bereichen wieder begegnet sind. Also in der Gemeinde, mein Vater hat irgendwann den Pastorendienst in der Gemeinde übernommen und bei den Pfadfindern haben die geleitet und ich war überall Teil davon. Und dann war das einfach so ein Ding, wo ich dann einfach auch nicht nur meine Eltern als Eltern und Leiter hatte, sondern wo ich dann mit anderen Leuten irgendwie unterwegs war, von denen mitbekommen habe, wie die glauben leben und so. Deine Eltern sind also so richtige Churchies, ey. Sind die das immer noch so? Die sind das immer noch, ja, sind auch immer noch krasse Vorbilder für mich. Das ist schon besonders, wenn man das sagen kann. Also ich merke schon, boah krass, was ein Privileg, wenn Kinder das über einen sagen. Und das finde ich, das tritt mir auch selber nochmal so auf die Füße, zu sagen, boah krass, ich will das ja alles nicht nur so leben, wenn ich Kinder habe oder auch wenn wir Kinder haben, sondern jetzt schon irgendwie sagen, ich mache da auch meine Hausaufgaben und checke für mich selber, ey, ich brauche die Bibel, ich will da nicht nur Vorbild sein für meine Kinder, ich brauche das tatsächlich essentiell. Und das finde ich schon krass, dass du das über deine Eltern sagen kannst, das ist schon ein Sau-Special. Ja, voll. Vor allem, ich glaube, Kinder durchschauen sehr, sehr schnell, ob du das, was du sagst, auch lebst und ernst meinst, oder ob du es ihnen einfach nur sagst, damit sie das so machen, wie du das möchtest. Absolut. Und das hatte ich nicht das Gefühl, dass das bei meinen Eltern so war. No pressure. Ja. An alle Eltern da draußen, eure Kinder checken das. Aber das stimmt, ich gebe dir da recht und ich glaube, das macht es auch so besonders, weil ich finde, wir haben ja oft, finde ich, auf unseren Freizeiten Leute, die aus so Fakie-Haushalten kommen, weißt du, wo viel Druck einfach da ist, so Glaubensdruck oder irgendwie so komische Verhältnisse, fast manchmal schon so ein missbräuchlicher Druck, weil da, finde ich, aber diese Authentizität nicht da ist, sondern mehr so ein, man muss, man muss, man muss. Und deswegen finde ich es ganz besonders, dass du das anders erlebt hast. Hast du das deinen Eltern mal gesagt? Also wissen die das? Sagst du das denen öfter mal? Ich glaube, viel zu wenig. Ich schicke ihnen die Podcast-Aufnahme, dann schickt ihnen der einmal alles. Hey, shout out! Ich werde es ihnen auch persönlich sagen. Ich habe ihnen neulich erst mal eine Nachricht geschrieben, dass ich das voll schätze, was sie machen und gemacht haben. Ich wurde dazu ermutigt, ich bin ganz schlecht da drin. Aber ja, tatsächlich müsste ich das denen eigentlich viel öfter sagen. Also du kannst ja jetzt sagen, danke Mama, Papa, Bauer. Ja, danke Papa und Mama. Krass, ey. Und jetzt hast du gesagt, du bist ja quasi selber so reingewachsen, aber wünschst du dir eigentlich manchmal, du hättest so eine 180-Grad-Wendung gemacht? Also ich finde, das hört man ja manchmal, wenn Leute so frokis sind, dass die dann so sagen, oh, ich wünschte, ich hätte so eine Drogenvergangenheit und dann wüsste ich jetzt, was ich an Jesus habe oder so. Weißt du, wie ich meine? Hatte ich. Nein, hatte ich nicht. Und ich wünsche es mir eigentlich auch nicht. Ich glaube, dass, und das merke ich immer wieder, ich glaube, das ist so, ich weiß nicht, ob das bei allen so ist oder ob das gerade bei so frommen Kindern so eine naive Teenager-Einstellung ist, wo man dann sagt, ja, eigentlich hätte ich auch gern mal die andere Seite erlebt. Ich glaube, je älter ich werde oder je reifer, ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt, keine Ahnung, merke ich einfach, wie sehr ich davon zehre von dem, was ich mitbekommen habe, wie froh ich bin, wie froh ich auch bin, nicht bei allem immer mitgemacht zu haben. Auch wenn ich immer irgendwie das Bedürfnis hatte, ich hatte so oft Schiss, irgendwas zu verpassen und dann trotzdem Entscheidungen zu treffen und auch zu sagen, boah, da mache ich nicht mit, da bin ich nicht dabei. Und dann bist du mal der komische Christ oder, keine Ahnung, wirst du ein Mönch genannt oder was auch immer. Aber wenn ich mir hinterher anschaue, was die Leute, die das damals gesagt haben, wo die heute stehen und teilweise ihr Leben gegen die Wand gefahren haben. Und ich denke mir so, boah, okay, vielleicht bin ich aktuell sogar in einer Bubble, wo ich sagen würde, ich bin sehr behütet, auch da, wo ich arbeite, wo ich bin, die Leute, mit denen ich mich treffe und so. Und auf der anderen Seite denke ich mir, muss ich das andere erlebt haben, um gelebt zu haben? Und ich glaube, es gibt so viele coole andere Sachen, wo ich auch Action erleben kann, wo ich Spaß haben kann und wo ich mittlerweile sogar sagen würde, das, was viele Leute mir als Spaß verkauft haben damals oder auch vielleicht immer noch tun, muss ich sagen, boah, da finde ich null Erfüllung drin. Und deswegen bin ich eigentlich froh, dass ich diese Wende nicht machen musste, sondern dass ich so viel von dem, was ich mitbekommen habe, auch irgendwie immer noch in mir habe, dass ich es für mich bewahren konnte und jetzt davon zehren kann. Das ist richtig besonders, Philipp. Und auch so besonders, dass du da nicht mal ausgebrochen bist. Und ich glaube, von dem, was du erzählst, finde ich, klingt für mich auch viel, dass eure Eltern euch da mit reingenommen haben, aber es euch auch wie so, euch da auch in der Selbstständigkeit irgendwie erzogen haben, dass es zu eurem eigenen werden kann, oder? Voll. Also, und ich glaube, das hat die hohe Kunst des Erziehens, eigentlich in dieser Folge geht es gar nicht um Erziehung, aber zu sagen… Es geht um dich und deine Geschichte, also Philipp, let's go. Ja. Ich glaube, das ist so diese hohe Kunst, auf der einen Seite genug Freiraum zu geben, auf der anderen Seite aber auch in den Hintern zu treten, nachzufragen, und dass auch vom Alter abhängig irgendwie immer das Richtige zum richtigen Zeitpunkt, also zur richtigen Zeit oder mit fortschreitender Zeit, mit dem Älterwerden des Kindes, zumindest in meinem Fall, auch immer mehr Freiheiten zu bekommen. Und ein Satz, den mein Vater mir viel gesagt hat, oft gesagt hat, der bei mir immer noch so hängen geblieben ist, den ich mir selber immer wieder sage, ist, gute Entscheidungen prägenden guten Charakter trifft gute Entscheidungen. Ja, krass. Und mir damit nicht gesagt, das und das ist die richtige Entscheidung, sondern gesagt, hey, überleg dir einfach, was die richtige Entscheidung ist. Und ich glaube, dadurch, dass sie mich aber davor schon so viel geprägt hatten, wusste ich oft, was die richtige Entscheidung ist. Mhm. Krass. Ja, das ist mega, mega besonders, ein richtig geiles Zitat. Gute Entscheidungen prägen, gute… Einen guten Charakter. Einen guten Charakter, genau. Und das ist krass. Jetzt haben wir, also das, was ich bei dir oder an deinem Charakter und an dir auch besonders finde, ist, dass ich finde, dass du dein Christsein auch durch das, was du machst, durch das Surfen, durch das Skaten irgendwie so cool auf die Straße bringst oder so cool einfach mit dir nimmst. Und das ist ja so das Monatsthema diesen Monat, das Jüngerschaft. Also wie lebe ich mein Christsein nach außen? So wie multipliziere ich das, was ich liebe, in andere rein? Und das, finde ich, klingt ja manchmal so als so Aufgabe oder Stress. Dabei ist es ja das Geilste, was wir machen können, so unseren Jesus anderen Leuten vorstellen und sagen, Alter, den brauchst du. Was würdest du denn sagen, wie, ja, wie bringst du das auf die Straße? Also es ist so, wie ich gerade gesagt habe, Skate und Surfen so, wo du das, wo du mit anderen connectest. Oder wie würdest du sagen, lebst du Jüngerschaft im Alltag? Wie bringst du dein Christsein auf die Straße? Das ist, ich habe mir da ein bisschen Gedanken zu gemacht und ich finde es tatsächlich eher herausfordernd, dadurch, dass ich in einem christlichen Werk arbeite, viele Freunde habe, die glauben und dadurch eher in so einer Bubble bin, habe ich gar nicht so viele Berührungspunkte und ich stehe jetzt nicht im Skatepark auf einer Obstkiste und erzähle da von Jesus. Aber ich bin da und irgendwie, ich glaube, dass allein, dass ich da bin und dass ich, oder wenn wir als Christian Surfers an die Welle gehen, dann beten wir davor und wir quatschen einfach immer wieder mit Leuten. Aber was ich tatsächlich viel mehr erlebt habe, als dort, wo ich Sport mache, also ich erlebe es oft, dass, wenn man in Gemeinschaft irgendwo unterwegs ist, also alleine fällt mir das gar nicht so leicht, aber wenn ich mit anderen Leuten unterwegs bin, die glauben, dann fällt es mir viel leichter, irgendwie meinen Glauben zu leben. Ja, oder wenn man sich trifft mit ein paar Leuten oder ich wurde in letzter Zeit immer wieder angeschrieben von Freunden, die gesagt haben, hey, von mir ein bekannter Freund oder sonst irgendwas zieht nach München, die haben gerade nicht viel mit Gott zu tun oder gar nichts oder gehen durch eine schwere Zeit, kannst du dich mal um die kümmern und die Freunde von mir, die wohnen einfach weit weg und dann melde ich mich bei denen und sage, hey, wie geht's? Mein Kumpel hat gesagt, ich soll mich bei dir melden und bekomme so Kontakte mit Leuten, die ich sonst nie treffen würde. Also wo lernt man nicht Christen kennen, wenn man in einem christlichen Werk wohnt? Aber das ist gar nicht so einfach. Ja, das stimmt. Und dann sind es eben Leute, die man im Skatepark trifft oder sind es Leute, die man sonst irgendwo trifft. Und genau, für mich ist es dann tatsächlich oft einfach, wo ich mit anderen Leuten unterwegs bin, die Freunde haben, die nichts mit Jesus zu tun haben. Oder einfach Freunde von mir von zu Hause noch, die ich von damals noch kenne, als ich bei meinen Eltern gewohnt habe. Und man kommt ins Gespräch, man redet mit den Leuten und ich hatte tatsächlich einmal eine krasse Negativerfahrung, wo ich gemerkt habe, das hat mir hinterher voll weh getan. Und zwar waren wir da mit der Small Group abends Basketball spielen und da waren einfach auch viele Leute... Also Small Group ist eine kleine Gruppe von der Kirche, ne? Genau. Das ist damit gemeint. Exakt. Und das waren alles Sportler, viele Basketballer und ich so gut, also immer wieder mal Basketball-Hobby-mäßig gezeugt, der Kleinste von allen, der Unerfahrenste von allen. Naja, und dann bin ich aber mit. Wir hatten eine gute Zeit und da waren auch ganz viele Leute, die mit Glauben nichts zu tun hatten. Und ein Mädel hat mich dann gefragt, so warum ich eigentlich glaube und ob ich das nur glaube, weil meine Eltern Christen sind und so. Also die hat irgendwie... Irgendwie hat sich wie so eine Konfrontation angefühlt und ich war in dem Moment so baff und so platt, dass ich irgendwie nichts sagen konnte. Und ich bin nach Hause gegangen und dachte mir so, boah, das kann es noch nicht sein. Also da triffst du jetzt jemanden, der will eigentlich wissen, aus welchem Grund auch immer, warum du glaubst und wie du glaubst und so weiter und du sitzt da und kriegst den Mund nicht auf. Und das war irgendwie so der Punkt, wo ich auch nochmal gesagt habe, hey, ich will offen über meinen Glauben reden. Ich will nicht hinterm Berg halten und mir einfach auch nochmal Gedanken gemacht habe, warum glaube ich denn eigentlich? So wie kann ich Leuten, die nichts mit dir zu tun haben, einfach mal in ein paar Worten, in ein paar Sätzen erklären, warum ich eigentlich glaube und ohne, dass das irgendwie so komisch klingt und ohne, dass ich sage, ja, ich glaube nur, weil meine Eltern, ich bin halt in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, ist naheliegend und ja, ist auch naheliegend und ich weiß nicht, wo ich heute wäre, wenn das nicht so wäre. Und auf der anderen Seite aber auch zu sagen, hey, es gibt Gründe, warum ich glaube und ich glaube, dass auch eine der herausforderndsten Zeiten für mich, was Glauben angeht, meine Zeit an der Bibelschule war. Weil? Weil es eine Zeit war, in der ich mich so viel mit Themen über Gott beschäftigt habe. Ich habe so viel Gott, Gott, Gott und Bibel und alles und gemerkt, das findet alles auf einer kognitiven Ebene statt, alles irgendwie in einem Lernkontext und diese Beziehung, also dass ich mir wirklich Zeit nehme für Gott im Eins zu Eins, das ist fast komplett ausgeblieben. Also hast du das voll viel über Gott gelernt, aber warst nicht so mit Gott unterwegs oder hast ihn damit einbezogen? Genau, also ich dachte mir so, boah, heute, keine Ahnung, sechs Stunden Unterricht gehabt, über Gott, neues Testament, altes Testament, weiß der Geier was und dann kommst du nach Hause und denkst, boah, krass, ich habe ja echt schon viel mit Gott heute irgendwie gemacht. Also es war gar nicht für mich so offensichtlich, dass ich gesagt habe, boah, ich lasse meine Beziehung gerade hängen, aber irgendwann ist mir das voll aufgefallen und das war so ein, ja, so ein Breakdown, wo ich gesagt habe, boah Gott, ich will Gemeinschaft mit dir haben, ich will aus dieser Gemeinschaft leben und ich will auch, wenn ich Leuten von dir weitererzähle, nicht einfach Theorie weitererzählen, sondern ich will diese Begeisterung, ich will von dieser Beziehung erzählen, die ich habe. Genau, und das hat irgendwie meine Perspektive dann nochmal geändert und das war auch eine Zeit, wo ich auch nochmal viel hinterfragt habe, was ich von meinen Eltern gelernt habe und vielleicht auch heute nicht darstehe und sage, boah, ich habe immer alles übernommen und super gut, sondern ich habe auch Sachen hinterfragt und, du hast dich damit auseinandergesetzt, du bist dem nachgegangen. Ich habe mich damit auseinandergesetzt, genau. Und ich glaube, das macht den Unterschied, also einfach nicht einfach nur zu sagen, boah, ich glaube, weil meine Eltern glauben, ich glaube, dass, wenn man, als, wie heißt das, ein frohki, ein frommes Kind, wenn man ein frommes Kind ist, ich glaube, entscheidend ist die Zeit, wenn man zu Hause auszieht. Ja, und dann auf eigenen Füßen steht und gucken muss, okay, was mache ich jetzt? Genau. Ich bin nicht mehr in dieser Bubble. Suche ich mir eine Kirche. Ja, du hast keinen mehr, der dir hinterher ist. Und ich glaube, da entscheidet sich auch, habe ich gecheckt, sind das meine Werte, sind das meine Sachen oder mache ich es nur, weil meine Eltern das machen oder weil es meinen Eltern gut tut, dass ich das mache, habe ich es für mich verstanden. Ja. Das finde ich krass. Was ich nochmal zu dem, wo zurückkehren möchte, was du vorhin gesagt hast, deinen Glauben weiterzugeben, so nicht komisch, nicht irgendwie rumsteckern. Was sagst du denn dann, wenn jetzt jemand kommt und sagt, hey Philipp, so, warum glaubst du eigentlich? Was sagst du denn? Also, ich finde und ich glaube, das hat jeder Mensch und das steht auch in der Bibel, in Prediger 3, Vers 11, glaube ich, dass Gott uns eine Sehnsucht ins Herz gelegt hat, die nach mehr sucht. Und ich glaube, dass ich, wenn ich mit Menschen rede, jeder Mensch diese Suche nachvollziehen kann, nach irgendwas, was Sinn gibt, was eine Erfüllung gibt, was mehr ist, was über dieses Leben hinausreicht. Und voll spannend, weil viele sagen dann, boah, ich will irgendwie Erleuchtung finden, ich will irgendwas finden und das ist so spannend, weil in vielen Glaubensrichtungen oder Philosophien oder sonst irgendwas werden genau diese Punkte wieder aufgegriffen. und dann aber zu merken, boah, es ist nicht abhängig von dem, was ich selber leisten muss, was mir voll den Druck nimmt, zu sagen, boah, ich muss nicht selber irgendwas erreichen. und auf der anderen Seite, es ist nicht, ich leiste irgendwas für irgendeinen fremden Gott, sondern dieser Gott will Beziehungen mit mir haben und das ist der Grund, warum ich, warum ich glaube, dieser Gott, der verlangt nicht von mir alles ab, damit ich irgendwie zu ihm kommen kann, sondern er hat alles für mich gegeben, damit ich zu ihm kommen kann und das macht für mich den großen Unterschied in dieser Suche nach Erfüllung, nach mehr, nach Ewigkeit, dass dieser Gott einen Schritt auf mich zugemacht hat und dass ich einfach Ja sagen kann und mich daran freuen kann und ich glaube, genau, das ist für mich so, eben diese Suche nach Ewigkeit, nach mehr, nach Sinn, wo ich für mich sage, da erlebe ich Gott absolut und das ist irgendwie auch so eine Sehnsucht, wo ich auch glaube, da kommt das, ich habe ja vorhin gesagt, dass ich immer Angst hatte davor, irgendwas zu verpassen. Ich glaube, das kommt daher, dass ich eigentlich nach was suche, was mich erfüllt und letztendlich auch froh bin, dass ich nicht überall gesucht habe, sondern irgendwie immer wieder auch an den Punkt zurückkomme, auch in dieser Bibelschulzeit, was ich vorhin gesagt habe, wo ich irgendwie so voll gemerkt habe, diese Beziehung zu Gott ist weg und ich suche eigentlich nach was. Ich habe gemerkt, also es war ja nicht so, dass ich dachte, cool, ich bin viel mit Gott unterwegs und alles passt und sonst geht es mir auch gut, sondern das war eine Zeit, wo ich brutal herausgefordert war und gesagt habe, irgendwie irgendwas fehlt mir, irgendwas ist nicht cool und dann erst drauf gekommen bin, boah, irgendwie meine Beziehung mit Gott ist gerade, ja, die schleift hinterher. Ja, und wie kam, also hast du dann das einfach ändern können? Also es war ja irgendwie eine Herausforderung, die du da hattest, konntest du, als hast du es dann irgendwann gecheckt und gemerkt, okay, jetzt muss ich wieder meine Hausaufgaben machen so mit meinem eigenen Jesus. Ich muss es wieder zu meinem Machen wieder mit Jesus unterwegs sein, weil ich meine, in die Falle kann man ja auch hier bei WDL als Mitarbeiter tappen, weil wir ja voll für Jesus arbeiten. Wir machen diese Freizeit und wir bereiten Dinge vor und ich merke immer wieder selber, wie oft ich quasi auch eine Freizeit, ich ziehe die durch für Jesus und bete, mach, tu, predige und manchmal muss ich beschämt und erschüttert feststellen, ich habe voll viel für Jesus gemacht, aber nicht mit Jesus. Ich habe ihn immer nur so oberflächlich mit einbezogen, aber mehr als Job und nicht auch in mein persönliches, so Jesus, was hast du jetzt für mich, was willst du mir vielleicht beibringen? Ja, wie ist das für dich, also wie bist du da wieder zurückgekommen oder vielleicht mit Begegnung dieser Herausforderung auch heute? Ich meine, ich finde die Herausforderung zum Job eigentlich die gleiche. Ja, also für mich war es erstmal dieses Ding, das zu bemerken und das war für mich völlige Frustration und das war einer der wenigen Momente in meinem Leben, wo ich wirklich geheult habe, weil ich gesagt habe, Gott, ich fühle mich gerade so weit weg von dir und ich habe mich auf mein Bett, ich weiß gar nicht mehr, gesetzt, gelegt, irgendwas und ich habe gebetet und ich habe gesagt, hey Gott, ich will zurück an dein Herz, ich will nicht einfach nur über dich lernen, über dich irgendwas, ich will nicht, dass du eine Theorie bist in meinem Kopf, sondern ich will dich erleben und ich will dir ganz neu diesen Raum geben in meinem Leben, dass du da auch Dinge tust, dass du zu mir redest, ich will mit dir reden, ich will nicht einfach nur stillschweigend neben dir her leben, genau und dann auch zu sagen, okay, ich nehme mir diese Zeit, ich stehe morgens, für mich ist das wirklich so ein Ding, morgens früh aufzustehen, um da Gemeinschaft mit Gott zu haben, ja, ich nehme mir diese Zeit. Ja, also das heißt, dein erster Schritt war so ein bisschen Resignation und so, hey, I give up, so Jesus, irgendwie, ich checke, hey, hier funktioniert was nicht, das zweite, was du eigentlich so gemacht hast, was ich rausgehört von dem, was du gesagt hast, du hast eigentlich Buße getan und gesagt, hey, sorry Jesus, dass ich dich da außen vor gelassen habe und bis dadurch aber wieder einfach in so diesen Schritt zu Jesus zurückzugehen und zu sagen, aber ich will ja Beziehung mit dir, also dir quasi seine Zusage abgeholt, zu sagen, ich bleibe, ich will Beziehung mit mir, du machst mir Zusagen, du sagst, du bist da für mich und da wieder reinzugehen und dann aber auch geguckt, ganz praktisch, okay, was jetzt, also was ist mein nächster Schritt, wie ändere ich diesen Zustand? Genau. Und das finde ich eigentlich geil, also finde ich auch eine coole, diese coole Vier-Schritt-Perspektive zu sagen, hey, ich resigniere, ich tue Buße, ich nehme die Zusagen von Jesus an und dann gucke ich, hey, was ist mein nächster Schritt, wie mache ich es konkret, dass ich da nicht wieder reintappe und das in deinem Fall, sich konkret die Zeit zu nehmen und zu sagen, okay, dann stehe ich halt früher auf, weil ich merke, ich brauche das, so das ist mir wichtig, sonst tappe ich wieder in die Falle. Ja, und ich glaube, was ich noch wirklich besonders herausheben würde, ist dieses, nicht dann einfach zu merken, irgendwas läuft schief und jetzt fange ich an, was zu machen, ja, so irgendwie, ich habe gerade keine Beziehung zu Gott, jetzt einfach Bibel lesen, Bibel lesen, Bibel lesen, sondern wirklich dieses Insgespräch mit Gott zu kommen und mir dann aber auch von Gott zeigen zu lassen, was ist es denn gerade? Also sonst bin ich ja wieder an dem Punkt, was ich vorhin gesagt habe, so man, dann macht man halt einfach Dinge, um die zu machen und dass ich wieder angefangen habe, Bibel zu lesen und so und mir diese Zeit morgens zu nehmen, war aus einer Sehnsucht raus und nicht aus einem Pflichtgefühl und diese Sehnsucht kommt aber bei mir erst dann, wenn ich sage, okay, ich bin mit Gott unterwegs, also ich komme wieder in Kontakt mit Gott, also nicht, ich lese Bibel, um mit Gott in Kontakt zu kommen, sondern ich komme mit Gott in Kontakt und deswegen habe ich diese Sehnsucht, Bibel zu lesen. Vor allem, was ich da auch finde, was so das unterstreicht, was du sagst, das sage ich mir immer wieder und das sage ich immer wieder zu Jesus, Jesus sagt, hey, in einem Vers, in mir ist das Wollen und das Vollbringen und das sage ich Jesus immer wieder, so hey, du machst diese Zusage, in dir ist das Wollen und das Vollbringen, also let's go, dann will ich das auch, dann wünsche ich mir auch von dir diese Leidenschaft und diese Motivation und ich finde es aber so cool, was du sagst, nicht aus einem Tun zu kommen, sondern aus einer Beziehung zu kommen und zu sagen, ich bin erst mal bei Jesus und ich gehe nicht in Aktivismus und mache jetzt, okay, ich rette meine Beziehung, indem ich Bibel lese mit Jesus, sondern zu sagen, ich gehe erst mal in die Beziehung und dann ist es vielleicht auch einfach eine Nachfragen, das fand ich in der Folge mit Julian Alloway, als es um Jesus Essentials ging, so cool, weil der gemeint hat, hey, früher habe ich immer so eine Abfolge gehabt in meiner Stellenzeit, was ich da halt mache und jetzt ist die einzige, der einzige feste Bestandteil bei Julian ist, ich trinke einen Kaffee und ob ich dann einfach Worship höre, ob ich so journal, also Sachen auftreibe, ob ich Bibel lese, ist jedes Mal unterschiedlich, so ich frage Jesus jedes Mal quasi, was ist dran und es hat mich nochmal auch so motiviert, aus diesem Aktivismus rauszukommen, einfach nur was zu tun und dadurch Beziehungen aufzubauen, sondern eher zu sagen, hey, was ist heute dran, so, also raus aus diesem religiösen Spirit, der so eine feste Abfolge so hat, was manchmal auch nicht schlecht ist, aber alles aus einer Beziehung heraus, also die Grundmotivation muss Beziehung sein. Ja, dass alles andere unterstützt, dann ist cool und auch wenn das vielleicht gerade so geklungen hat, als wäre ich immer ein begeisterter Bibel lese oder würde das jeden Tag machen, nein, es ist immer noch eine Herausforderung, aber es gibt Momente und es gibt Zeiten, wo ich so begeistert davon bin, wo ich sage, boah, ich liebe das und dann bin ich Feuer und Flamme und dann gibt es Momente, wo ich sage, boah Gott, gerade habe ich gar keine Motivation, aber dann kläre ich das mit Gott und nicht einfach, boah, jetzt setze ich mich halt trotzdem hin, sondern irgendwie so dieses, hey, gerade fällt es mir irgendwie voll schwer, aber das Wichtigste, dieses in Kontakt mit Gott zu bleiben. Also gehst du auch da wieder in Beziehung und sagst, okay, so, was ist los hier gerade? Genau. So cool. Boah, Hammer, Philipp, ich finde, wir können noch ewig weiterquatschen und ich finde das so spannend, was du gesagt hast und ich finde das so cool, ich glaube, das will ich mir so mitnehmen, das Zitat von deinen Eltern mit diesem Triffgute Entscheidungen, weil die machen einen guten Charakter und ich finde, das fängt im Kleinen an, also auf unserer Coaching-Freizeit, die jetzt bald ansteht, wird es ja auch darum gehen oder da haben wir das Thema nochmal geändert, wo es einfach darum geht, gute Entscheidungen zu treffen, fokussiertes Leben zu leben und da finde ich so ein Bild, das Johannes Hartl mal gebracht hat, so cool, von so Reiskörnern, die auf ein Schachbrett gelegt werden und wenn du am ersten Tag einen Reiskörner auf einen fällt und auf den nächsten zwei und das dann verdoppelst, das als Bild stehen soll für eine kleine gute Entscheidung und die einfach durchziehen, am Ende sind das so Trillionen Reiskörner auf so einem Schachbrett und das finde ich macht es so, hey, lass uns doch heute gucken, was ist die Entscheidung, die ich jetzt in meinem Heute treffen kann und es wird sich multiplizieren und es wird da weitergehen und das finde ich da nochmal richtig cooles Bild oder bestärkt das, also vielen Dank dafür. Und zu guter Letzt will ich dir noch eine Frage stellen, die ich jedem meiner Podcast-Gäste stelle, nämlich, was ist dein Nummer-Eins-Wunsch an diese Generation junger Erwachsener? Ich wünsche mir, dass die junge Generation oder junge Erwachsene Gemeinschaft leben, keine Einzelkämpfer sind und ich habe das selber, ich habe mit 16 Jahren Jugendarbeit bei uns in der Gemeinde übernommen und hatte immer diesen Wunsch und habe gemerkt, es fängt mit mir an. Krass. Ja, wenn ich nicht, wenn ich mir nicht die Zeit freiräume und sage, okay, ich bin da, um Gemeinschaft zu leben, dann wird es oberflächlicher Kontakt bleiben, dann wird es keine Pflichtveranstaltung, aber einfach so ein Kommen und Gehen sein und ich habe gemerkt, dass tiefe Beziehungen, Freundschaften einen Unterschied machen und diese Jugend ist gewachsen, weil Leute ihre Freunde mitgebracht haben in ein sicheres Umfeld, in ihren Freundeskreis, wo die ganz ungezwungen auf eine coole Art und Weise Gott kennenlernen konnten und ich glaube, dass das gerade auch beim Thema Jüngerschaft oder einfach den Glauben auf die Straße zu bringen, voll wichtig ist, hey, Jesus hat seine Jünger losgeschickt und er hat sie zu zweit losgeschickt, weil allein ist doof, man fühlt sich immer so einsam und wenn man nur eine Person hat, die mit dabei ist, deswegen mein Wunsch ist wirklich Gemeinschaft leben, lebt Gemeinschaft, habt so eine tiefe Gemeinschaft untereinander, dass man da jeden Menschen reinwerfen kann und er sich da wohlfühlt, aufgenommen fühlt und trotzdem Gott mitbekommt und Gott erlebt. Ja, so cool. Wow, richtig besonderer Wunsch. Hammer, Philipp. Vielen, vielen Dank. Voll gerne. Der ist krass. Und so cool, dass du dabei warst bei diesem Podcast und ja, liebe Hörer, wenn du oder Hörerin, wenn dir das gefallen hat, dann like doch voll gerne diesen Podcast und abonniere den und wenn du einfach mal schreiben möchtest, was dein Feedback ist, noch eine Frage hast oder irgendwas, dann kannst du das gerne tun an schlossmittlustig at wdl.de oder schreib uns eine Direktnachricht, da würden wir uns riesig freuen, von dir zu hören und ansonsten wünschen wir dir einen richtig schönen Tag, da wo du gerade bist und sagen Tschüss. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020